Hallo und herzlich willkommen zu dem Parfümkerner. Mein Name ist David und das ist wie immer unser Zahlenmeister, der Martin. Martin, heute geht es um neue Parfüms, neue Parfümtrends. Wie kommst du drauf? Ja, weil eigentlich ganz einfach. Es sind ja immer wieder Neuheiten jetzt kommen, kurz vor Weihnachten, jetzt noch. Dann haben wir uns mal angeschaut, welche kommen wirklich super an bei euch. Wobei die Zahlen ein bisschen schwierig sind, weil es sind teilweise Neuheiten dabei, die sind erst seit ein oder zwei Wochen im Haus. Das ist dann noch nicht so ganz zu 100% ausgegriffen. Aber mein gut, wenn sie neu sind, sind sie halt eben neu. Ist halt so. Gut, dann zu unserem letzten Video hast du dich diesmal vorbereitet. Welches war denn das? Weißt du es wieder nicht, gell? Frauenmagneten. Die Frauenmagneten. Stimmt. Stimmt, genau. Die hat auch jemand gewonnen. Du hast es gezogen. Schau mal oder enthülle mal, wer der glückliche Sieger ist. Oh, das ist ja ihr Endcode. Okay, etwas kompliziert. User-HH8F01H2O Okay, ich blende nachher die Zahlenkombination ein. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Wenn wir schon beim Gewinnen sind. Hört dazu. Weißt du, brauchst gar nicht fragen. Ich frage gar nicht, aber ich sage es trotzdem. Also es gibt ein Duftset von unseren 10 Düften, die wir jetzt vorstellen, zu gewinnen. Und wie man an das Duftset rankommt, das erzählt uns der Junior. Und den zahle ich mir wie immer jetzt her. Zack. Und da bin ich ja. Da ist er. Hallo Martin. Wo bist du denn hergesprungen? Du bist ich da mit. Mein Gott, ich schmeiße gleich die Hälfte. Da fliegen hier gleich die Fetzen. Wunderbar. Wir haben hier die Top-Neuheiten, die neue Parfüm-Prenz. Wir brauchen dein ausgeprägtes Nasenwerk, um die vorzustellen. Ich gebe mein Bestes wie immer natürlich. Und heute wird uns nicht langweilig. Wie gesagt, Neuheiten über Neuheiten. Manche, wie gesagt, schon letztes Jahr rausgekommen. Es sind Designer mit dabei. Wir haben Nische mit dabei. Also, wir starten direkt rein. Und zwar einmal ins Frische, ins Klassische. Und zwar Bulgari Purom. Der erste Herrenduft von Bulgari bekommt endlich seine intensive Fortsetzung einmal. Und wir bleiben natürlich etwas klassisch, machen das Ganze aber nur noch etwas feiner. Wir starten in der Kopfenurte. Wunderschön frischer Ingwer. Wir haben Darscheleng-Tee mit dabei. Guja-Kolz. Und weiter geht es mit Selon-Tee nämlich. Unten drin Ambretsamen und noch weißer Moschus. Und fertig haben wir eigentlich unseren wunderschönen Voucher-Duft auch schon. Und frisch, klassisch, durch den Tee abgerundet. Nichts stechendes drin, David. Sehr, sehr schön geworden. Wunderbar. Also Bulgari verdichtet so ein bisschen das ganze System, was die haben. Haben auch Händler aussortiert. Die haben weniger Vertriebsstandpunkte. Die möchten mehr in dieses Luxus-Segment rein. Und die nähern sich auch mit den Duftrichtungen von dieser Luxus-Linie, die es beim Juwelier gibt. Diese La Gemre, die nähert sich so ein bisschen den einfacheren Düften. Aber einfach kann man es ja gar nicht nennen. Der hier, das Parfum zum Eau de Toilette, hat so einen Mundwasser-Frische-Kick. So Listerine, Menthol, Minze, Zitrone. Das meine ich gar nicht abwertend, sondern wirklich gut. Weil also dieser Frische-Kick würde jetzt so ein Mundwasser ja schlecht riechen, wird es kaum jemand in den Mund schütten. Also wird das sehr zidrisch, wie du es gesagt hast. Diese ganze Komposition, diese Holzsäge. Ich finde, der ist perfekt, wenn man sagt, okay, für alles. Easy Grab sozusagen. Den nimmt man aus dem Regal, geht damit in die Arbeit, geht damit Freizeit, Hobby. Alles, was man machen will, kann man mit dem machen. Wunderschön gemacht, Bulgari. Weiter geht's. Wir werden jetzt ein bisschen verrückt. Und das sowieso mit einem eh schon etwas ausgefalleneren Haus. Und zwar die Crazy Collection von The House of Oud. Alles ein bisschen, ey, das ist im Wunderland, angelehnt von der Optik her. Und hier mit dem Duft Gambling. Leute, und Gambling, ich muss meinen Kollegen, den Abraham, einfach an der Stelle jetzt einmal zitieren. Dieser Duft ist raus aus der Bar und ab an den Pokertisch. Und dann verkörpert das auch von den Zutaten her. In der Kopfnote steigt man eigentlich gleich direkt ein. Schöner Szechuan-Pfeffer zum Steak, wo man gerade noch gegessen hat. Kaffee vielleicht noch danach. Und wir haben dann noch einen wunderschönen Whisky an der Bar. Und dann bekommt man Lust, weil dann kommt nämlich noch Adrenalin hier mit rein. Und das ist nämlich diese ganz interessante Note. Leute, wie riecht Adrenalin? Adrenalin ist ein Stoff, den man so gar nicht stark wahrnimmt. Und auch im Schweiß. Adrenalin-Schweiß unterscheidet sich ganz, ganz leicht. Und der riecht halt einfach ganz leicht säuerlich. Und das ist hier nämlich auch ganz leicht mit drin. Nicht stark. Nicht stark. Wirklich. Und wir haben ja auch keinen schweißigen Duft drin. Keineswegs. Wir haben einen richtig schönen, busi-würzigen. Allerdings, dass diese kleine besondere Zutat, die auch, wenn man dran riecht, ganz kurz süchtig macht. Und die Augen aufreißen lässt. Genau. Weiter geht es dann aber in den Kern. Wir haben hier noch rosa Pfeffer, Elemiharz, Galbanum. Unten die Fußnote ist dann vollgespickt mit hellen Hölzern, aber auch knackigen Hölzern. Goujak-Holz, Veti wäre auch wieder mit drinnen. Und ein super interessanter Duft aus dem Haus, der Lust auf mehr macht. Hier hinter dem Haus auf Uth haben wir den Andrea Casotti in Italiener. Das ist so ein Ingenieur. Und komischerweise sind viele Parfümeure Ingenieure. Der ist auch Ingenieur, ist aber auch ein Künstler, so Streetart. Das sieht man natürlich wunderbar an diesen verzierten Flakons. Und mittlerweile ist es die sechste Kollektion, die er aufgelegt hat. Und die nennt sich passenderweise Crazy Mood. Der Haus auf Uth war lange Zeit so ein bisschen im Hintergrund, so klassische Sachen. Und jetzt werden sie verrückt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass diese Marke dieses Jahr sich stark nach oben entwickeln wird. Gerade mit dieser Crazy Mood-Geschichte. Da kommen so Sachen wie Wasabi. Da haben wir jetzt hier den hier. Und der ist, wie riecht der? Das ist ja immer so mein Part. Wenn man eine Mandarine nimmt, die schon sehr weich ist und so kurz vorm, sag ich mal, schlecht werden, diese weiche Mandarine nimmt und das riecht, dann hat man am Anfang, diese ersten 10 Minuten, diesen starken, übersäuerten Mandarinen-Duft drin. Dann aber genauso, wie du es beschrieben hast, oder der Abraham kommt natürlich dieses Poker-Aroma, dieses Gambling, dieser Rauch, dieses Ambiente, wenn man eben Poker spielt. Aber am Anfang muss man ein bisschen aufpassen, da haben wir eben diese zu säure kippende Mandarine hier drin. Genau. Crazy halt. Schön auf den Punkt gebracht. Aber ja, deswegen sind wir ja hier. Ja. Leute, wir gehen weiter mit einer der wohl am meisten erwarteten Neuheiten. Allein wegen den Zutaten und natürlich, weil auch das Haus dafür steht. Und zwar Initius Narcotic Delight. Wir haben hier einen Kirschducht. Kirsche dieses Jahr natürlich ganz hoch im Trend. Es kommen verdammt viele Kirschneuheiten und es ist auch nicht die einzige Kirschneuheit, die heute in der Top 10 mit drin ist. Hier allerdings wunderschöne Busi-Aromen natürlich. Kognak hier mit drin. Kirsche ganz klar mit drin. Haben Vanille für das Süße. Natürlich kommen wir nicht ohne Vanille hier aus. Haben aber hier einen Tabak mit drin. Und es ist kein so süßer Tabak unbedingt. Nein, wir haben hier eher so einen etwas schwereren, ein bisschen raueren Zigarrentabak. Daran erinnert er mich. Und Leute, testet den bitte unbedingt auf der Haut. Das ist auch so ein bisschen ein Opfer vom Duftstreifen. Der verändert sich da dann immer noch ein bisschen. Wird rauchiger, wird kirschiger. Also immer je nach Haut. Und natürlich unser geliebtes Heroin. Ohne geht es bei Initio in der lila Reihe nicht. Und extrem gut natürlich auch wieder. Ja, diese Dichte, Parfüm, Öldichte, die riecht man hier raus. Und der, ah, der kommt jetzt. Der riecht, also wenn ihr den aufsprüht, so jetzt in der Luft oder auf dem Duftstreifen oder auf der Hand. Denkt mal an den Sommer. Denkt an euer Auto, das ihr vor dem Schwimmbad geparkt habt oder vor dem See oder am Meer, am Strand, wo auch immer. Und wenn ihr nach Stunden, auf denen da die Hitze, die Sonne in das Auto drauf gebrannt hat, die Tür aufmacht, die Wärme, die da rauskommt, kombiniert mit einem Vanilleduftbaum, der da drin hängt. Und genau so, stellt euch diesen Duft vor, diese Stoffsitze, dieses Plastik, dieser Vanilleduftbaum. Das, was euch da entgegenschwalzt, so riecht der am Anfang. Er wird natürlich, ja, ich muss es sagen, dieses Erotische, dieses Busi, das hat diese Karnalreihe eben in sich. Das kommt natürlich auch. Aber dieser Anfangsduft, der ist da definitiv da. Initio, und da kann man immer erwarten, dass da was Tolles kommt. Und hier dieser Auftakt mit diesem Delight, fantastisch. Einfach mal ausprobieren. Leute, weiter geht es nach Initio mit einer richtigen, interessanten Neuheit. Mit einem kleinen Schmuckstück, darf man sogar sagen. Zehn Türen in Deutschland dürfen den führen. Zehn, und wir sind eine von denen, sind da sehr, sehr zufrieden damit. Und zwar mit Alexandre J., die ganz hochrangige Collection in den Glasflakons. Extrem schön gearbeitet und haben hier Majestic Nard. Einen sehr würzigen, etwas süßen, gleichzeitig leicht orientalischen Duft. Alles aber noch sehr, sehr rund, ohne Spitzen. Und Leute, was haben wir hier drinnen? Galbanum, Safran, Wotor, Pfeffer ist hier mit drinnen. Natürlich unsere namensgebende Narde, indische Narde, wenn ich es gerade richtig ausspreche. Und was ist die vom Geruch? Die ist sehr erdig, was sich auch in dem Duft sehr gut widerspiegelt und auch sehr stark. Hat aber eine unheimliche, beruhigende Eigenschaft. Und zwar, wo dann einfach das ganze Harte, das ganze Krasse in den Duft rausnimmt und eben unter diesen beruhigenden Bann einmal mit reinzieht. Unten drin unsere schöne Zedernhölzer und helle Hölzer eben nochmal. Ich spüre die nochmal auf. Weil ich kann da nicht aufhören reinzuriechen in diese Düfte. Die sind so gut gearbeitet mit so sonderbaren Zutaten oft. Und deswegen hier ganz klar verdient in der Reihe und auch schon weiter vorne. Diese Duftnoten, die da drin sind, die sind wirklich ganz individuell. Die riecht man so kaum woanders. Also ich kenne kaum einen anderen Duft, der diese Zusatz- oder Inhaltsstoffe hat. Und es ist dann auch wirklich sehr schwer zu beschreiben, nach was der riecht. Also jeder riecht da was anderes. Für mich ist dieses Erdige oder dieses Holzige, ich rieche da am Anfang Leder, obwohl da gar kein Leder drin ist. Nein, Beihrauch kommt nicht stark raus oder ähnliches. Die riecht da Petroleum-Lampen tatsächlich, so eine Kombination aus Leder und Petroleum-Lampen. Gut, auf der anderen Seite, Alexandra Jay wollte mit dieser Duftreihe die Belle Epoque, also die schöne Zeit in Frankreich. Na gut, wenn man da sagt, ja, Leder, Petroleum-Lampen kommt ja irgendwo hin. Der klassische Verlauf dieser Marke, die gibt es seit 2013. Angesiedelt ursprünglich im Emirateraum, Dubai, Arabische Emirate und so weiter. Dann der klassische Werdegang, da eben diese Malls und so weiter. Dann war es eine Zeit lang, weil du sagst, 10 Parfümerien führen den oder 10 Depots, ein Exklusiv von Herods. Also ein Herods-Exklusiv. Und jetzt hier bei uns, also es ist schon sehr, sehr besonders. Mittlerweile in über 60 Ländern. Von dem werden wir noch einiges hören. Definitiv. Vom königlichen Löwen hier. Leute, weiter geht's vom königlichen Löwen zum unseren wunderschönen Eich. Und zwar, der kann ja nur für einen stehen, nicht Penhelligans, natürlich Panadora, Leute. Und zwar mit dem brandneuen Emanuele. Und wir haben hier einen süßblumigen Duft mit verrückten Unternoten, wie der typisch Panadora, wo man gar nicht erwarten würde, wenn man da am Anfang reinbiegt. Und drei Rosen bilden hier ein richtiges Power-Opening. Tuberrose nochmal mit dabei, Narzisse nochmal mit dabei. Haben hier dann aber einen recht hölzernen Kern. Haben auch unten drin wieder unsere Gewürznelke wieder. Typisch Panadora. Jetzt kommt dann unten unser ganzes Hart. Das haben auch wieder ein Leder, Galbanum, Weihrauch sogar mit drin, wo ich einfach gar nicht erwarten würde. Weil der Duft geruchlich ganz leicht an die Lina irgendwo angelehnt ist. Nur eben nicht ganz so fruchtig. Ansonsten sehr, sehr nah dran. Und Fans, wo die Lina lieben und einfach mal eine Abwechslung wollen, da mit reinriechen. Ansonsten hier einfach auch mal eine hölzerne Rose. Unser typisch animalischer Unterton fehlt hier nicht. Und ein sehr, sehr schöner Duft geworden. Emanuele aus Schweden, Panadora. Also ich habe die Panadora-Düfte am Anfang so ein bisschen unterschätzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir gedacht, schickes Flakon, dann mal durchgerochen. Ganz interessant, aber gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber mittlerweile kommt da ein Brecher nach dem anderen raus. Und jetzt ist ja nicht nur der neu, sondern nochmal ein neuer. Das heißt, von Panadora wird man noch sehr viel hören dieses Jahr. Und die Duftkompositionen, die werden, sage ich mal, immer internationaler, immer größer. Weil am Anfang hat er sich so ein bisschen auf Schweden konzentriert und das Drumherum. Und jetzt haben wir hier mit dem Emanuele, da zeichnet er in seiner Duftkomposition die Galeria Vittorio Emanuele II in Mailand ab. Die hatten wir ja schon mal mit dem Rosati-Duft. Und der geht aber gar nicht in die Düfte, die da drin sind in dieser Galerie, sondern tatsächlich die Architektur, die da gespiegelt wird. Das Mosaik, das Feine, das Zerbrechliche. Und so ist auch dieser Rosenduft, der wirklich zerbrechlich. Der passt, also hier muss man sagen, Unisex schön und gut, aber der passt wirklich nur zu einer Frau. Also der ist zart, wie du sagst, Stellina. Und irgendwann mal, wenn wir jetzt nochmal einen Duft zitieren wollen, kommt hier auch der Argento Overdose mit seinem Blumenladen, kommt hier auch ganz stark durch blumige, starke Noten. Von Panadora werden wir wirklich noch viel hören. Also wirklich auf dem Schirm haben, auch mal Testmänner, die irgendwo testen können. Und wir machen weiter, auch mit einem nicht ganz so neuen Duft. Die Marke allerdings neu bei uns und der Duft auch einer der neueren. Kill the Lights von Gritty, unser kleines Buchformat, sage ich zu denen immer so gerne. Und wunderschöne Düfte durch die Bank, durch aus dieser Kollektion. Und Kill the Lights eben mit einer sehr, sehr besonderen Komposition, wo ich mich vorhin auch erst noch mit meinen Kolleginnen so ein bisschen gestritten hatte. Und zwar beim Riechen, wenn ich den jetzt erstmal aufspüle, habe ich so eine ledrige Version von Nummer 5 drinnen, also von Chanel. Und meine Kollegen, spinnst du, das ist doch voll Leder. Irgendwo hat da unsere Wahrnehmung so ein bisschen durcheinander. Also für jeden anscheinend auch nochmal ein bisschen anders wahrnehmbar, als entschuldigt, wenn meine Duftbeschreibung ein bisschen von eurer da abweicht. Ansonsten ein ziemliches Power-Ungetüm an klassischen Zutaten, am Davana, Artemisia ist hier mit drinnen. Alles geht so ins etwas klassisch-putrige erstmal am Anfang tatsächlich. Dann aber unser roter Pfeffer natürlich, Leder noch ganz klar mit drinnen. Unten drin dann auch nochmal ein bisschen Galbanum, Heu auch nochmal und Birkenteer. Also von der Zutatenliste was ganz ganz Besonderes, kommt aber gar nicht so exotisch rüber. Wie gesagt, es wird dann leicht würzig, ledrig, immer mit so einem pudrigen Unterton. Ein extrem interessanter Duft aus dem Hause Gritti. Also Gritti sagt selber zu dem Duft, mach das Licht aus und du wirst sehen, was passiert. Ich streite mir die Lederjacke ab, Pfeffer die in die Ecke. Die Lederjacke erzählt so die Geschichten von tausenden Meilen gemeinsamer Erfahrung. Also so beschreibt Gritti diesen Duft. Der ist schon sehr besonders. Ich meine Simone Gritti heißt der Parfümeur dahinter. Ja, ich glaube ja. Ist eins der größten Abfüller weltweit. Also alles, was Rang und Namen hat, füllt seine Parfüms und lässt die Flakons und das Ganze drumherum von Gritti machen. Also da haben wir viel von Sertschoft. Auch hier viele deutsche Bekanntheiten wie Mark Geber und so weiter. Alle seine Düfte werden bei Gritti abgefüllt. Gritti ist so eine Marke, die herausgestochen ist mit Pomelo Sorrento. Das war einer der Düfte, der ein frischer Duft ist, ein siedrischer Duft und der ewig helmt. Und das ist eh schwierig bei einem frischen Duft, dass der ewig helmt. Ja, das stimmt. Und jetzt kommen eben wunderbare Black Collection. Wir haben sie da hinten, Black Collection, dann diese transparenten Flakons. Wie gesagt, das Flakon selber wunderbar zum Anschauen. Und wenn man da so eine Sammlung aufbaut, ganz toll. Ist für viele Überraschungen noch gut und sind wirklich ausgefallene Düfte. So schaut es aus. Und wenn man da so zehn Düfte vor sich liegen hat, wie wir oft, dann sticht der immer raus. Du wirst immer Gritti erkennen und sagen, okay, das geht Richtung Gritti. Platz Nummer vier. Und ich lade damit einmal ein in die portugiesische Konditorei. Und warum Soradora Jani ist hier einmal mit drinnen. Der Bratapfel-Dorf schlecht hin. Und warum ich lecker, lecker schmecke. Ich muss den einmal kurz aufspülen. Und ganz im Ernst, Leute, zutatentechnisch. Wir haben ja erstmal Bratapfel, Blätterteig, Karamell, Mandel, Vanille. Dann kommen noch Steinfrüchte mit dazu. Pflaume, Aprikose, Pfirsich. Natürlich noch ein paar andere rundmachende Zutaten. Ich glaube Sandelholz und weißer Morschus noch mit drinnen. Auch hier muss ich wieder zitieren. Und zwar meine Freundin in dem Fall, wo ich die mal Probe getragen habe. Ich komme nach Hause. Schatzi, ich habe einen Bratapfel-Dorf. Schatzi, natürlich, lass riechen. Muss ich riechen, natürlich. Und sie so, boah. An Anfang, also sie hat es erstmal so beschrieben. An Anfang riecht es so, als ob ein Gebäck mit Apfel vielleicht drei, vier Minuten zu lange im Rohr lag. Es hat so einen leichten, angebrannten Vanille-Touch, muss ich sagen. Und der legt sich dann immer, es wird immer runder, immer süß, immer gefälliger. Das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Man riecht so wirklich den Bratapfel raus. Nicht stören. Das ist einer seiner großen Punkte. Es riecht nach Essen, aber nicht nach Lebensmittel. Und das schafft dieser Duft unheimlich gut. Und über den Verlauf kommt der Bratapfel immer weg. Und dann, auch wieder Zitat, meine Freundin, hat man gegen Ende einfach die Vanillesoße zu seinem Bratapfel auf den Arm. Extrem außergewöhnlicher Duft. Extrem guter Duft, muss ich sagen. Zora Dora beschreibt ihn selber mit folgendem Bild. Er sagt, es ist Hochsommer. Die Jenny, die Mama, ist in der Küche. Das Fenster ist offen draußen. Die Kinder haben Spaß. Und sie steht in der Küche und bäckt eben ihren Apfelteig, ihren Mandelteig, ihren Blätterteig und eben diese ganzen wunderbaren Essenszutaten, die du da eben jetzt aufgeführt hast. Wie wichtig ist eben beim Gourmand, du hast es gerade auch perfekt zitiert, es darf halt nicht nach Bäckerei riechen. Also wenn du halt sagst, okay, der kommt von der Arbeit, ist alles gut, Bäcker, ist ein super Job, Konditor auch, aber man will ja nicht nach Arbeit riechen. Und der tut das eben nicht. Eine recht junge Marke, die sich extrem stark entwickelt, mittlerweile, also aktuell gibt es sechs Düfte, zwei sind eben neu dazugekommen. Da hier gehört der Jenny, sind wir bei acht, oder? Glaube ja. Ja, ja, genau. Also sechs haben wir schon und zwei sind wir bei acht. Entschuldigung, das tut mir leid. Ja, ich habe, weil fünf habe ich zu Hause, einen habe ich nicht und die zwei, also ich habe zehn, also acht müssten es sein. Die wollen eben, die wollen provozieren, die wollen herausstechen und das tun sie auch. Und das machen sie sowas wie mit Jenny. Und das ist so eine Sache, die riechst du halt auch immer raus. Ich sage immer den Leuten, wenn du uns so durchsuchst, so rum heißt es, dann riech dich doch, konzentrier dich gar nicht auf die Zutaten oder was drin ist, sondern wenn einer da ist, der dir in die Nase springt, dann ist es der Richtige. Und der wird dir auf jeden Fall in die Nase springen. So schaut es aus, nämlich, so schaut es aus. Leute, das Siegertreppchen ist jetzt angekommen und ganz klar darf eine Neuheit da ganz sicher nicht fehlen. Und zwar unser gelber Lamborghini mittlerweile aus dem Haus Xerzschof, Erba Gold. Leute, und klar, Erba Pura ist da ganz nah angelehnt an diesen Duft. Und gleich mal vorab, ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz vorgreifen. Angenommen, man hat einen Erba Pura schon zu Hause, weil ich das unheimlich oft gefragt werde. Lohnt es sich denn dann noch, den Erba Gold zu holen? Erstmal nein. Wenn man dann nachkauft, der Erba Pura ist leer, kann man sich den Erba Gold auf jeden Fall anschauen. Aber die beiden sind super nah aneinander zusammen. Wenn man den Duft natürlich über alles liebt, klar, hol dir den zweiten. Ansonsten würde ich raten, nacheinander kaufen. Aber was ist denn der große Unterschied zwischen den beiden? Wir haben in der Kopfnote, wie beim Erba Pura, eine Vielzahl an Zitrusfrüchten. Hier kommt nur der Ingwer dazu. Also sind wir erstmal noch ein bisschen frischer. Dann zu den fruchtigen Noten kommt hier nochmal Wassermelone, grüner Apfel, Birne. Aber dann kommt der große Unterschied. Und zwar kommen dann jetzt Gewürze. Zimt, Kardamon und Gewürznelge. Was das Ganze einfach nochmal wesentlich interessanter macht. Unten drin nochmal ein bisschen rauer, ein bisschen ruppiger. Aber nicht zu derbe. Also man hat hier nicht diese Gewürznoten deutlich in der Nase. Die Fußnote unten, natürlich wieder unsere hellen Hölzer, Moschus und schon fertig. Haben wir den aus meiner Sicht leicht verbesserten Erba Pura. Und ja, wunderschön fruchtigen Duft. Natürlich, natürlich. Was sonst? Ich habe mich beim Erba Pura, beim Erba Gold jetzt auch immer gefragt, wo diese, an was mich diese Duftwand, diese wirklich Dichte, die mir entgegenläuft, an was die mich erinnert. Und ich weiß jetzt auch dieses Erba, wo das herkommt, Gras. Und zwar ein Freund von mir hat mich da drauf gebracht. Der sagt dann, denk doch mal, wenn du beim Gemüsehändler bist, an ganz frisch gepflückte Tomaten. Die nimmst du in die Hand und riechst am Stängel, am Stumpf. Und dann nimmst du die Tomaten und reibst dir die so ein bisschen in die Hände. Und die haben so eine Wachschicht, diese Tomaten. Diese frisch gepflückten Tomaten sind auch fast grün. Und dann riechst du an deinen Händen bei diesen frisch gepflückten Tomaten. Und dann hast du diesen Anfangsgrünton, den ich nie richtig identifizieren konnte. Kratzige im Hals. Und da kommt es her. Probiert das mal aus. Nehmt diese Tomaten. Wenn da noch diese Wachschicht drauf ist, das ist Erba Pura und Erba Gold mittlerweile. Sehr interessant. Leute, wir haben Hausaufgabe. Ja. Sertjof ist ja mittlerweile gar keine Nischenmarke mehr. Ist schon eine Nischenmarke, aber ist weltweit, glaube ich, die größte Nischenmarke. Was die produziert, ist ja der Hammer. Und denke mal, eine große Revolution wird da jetzt nicht stattfinden, aber eine Evolution. Das sieht man jetzt hier wunderbar an dem Erba Gold. Sertjof ist auch dafür bekannt, dass die natürlich auch immer die eine oder andere Überraschung auf den Markt bringen. Und dann haben wir wieder den absoluten Hype, den die lostreten. Und die hat man immer dabei. Definitiv. So schaut es aus. So, dann da. Willkommen zu Platz 2. Und auch hier vielleicht eine kleine Überraschung. Der Duft war ein bisschen im Hype. Und das aber hauptsächlich wegen einem kleinen Fehler oder wegen einem geschickten Werbegag des Herstellers. Stimmt, stimmt, stimmt. Und zwar Shopport Boutier Lebeau Paradise Garden. Endlich mal das männliche Pondor. Den Damenduft gab es schon mal unter anderen Namen. Der wurde vor drei, vier Jahren veröffentlicht. Diesmal jetzt neu veröffentlicht und den Namen Paradise Garden. Und hier eben auch jetzt der Herrenduft dazu. Wir bleiben natürlich klassisch Lebeau im Kokosbereich hängen. Haben dann noch grüne Feige, eben Tonkabohne, Minze fürs Frische. Also eben auch wieder diese Shopport Boutier-Mal-DNA leicht mit unten drin verborgen. Natürlich noch unser schönes Sandelholz oder ich glaube Zedernholz sogar. Und den Moschus noch mit drinnen. Wir sind hier in einem sehr süß, leicht tropischen Bereich. Und wir haben hier eine sehr, sehr angenehme Kokosnuss. Nicht süß, ist eher schon fast Kokos-Holz-mäßig. Und wie gesagt, dieser kleine Gag, wer das nicht mitbekommen hat, wenn man den am Anfang haben wollte, diesen Duft. Und man ist zu Shopport Boutier auf die Internetseite gegangen. Und man hat den da bestellen wollen. Da waren die Preise bei 216 Euro. Also auf Nischenniveau schon. Hat man den da allerdings in den Warenkorb gelegt. Wurde einen der richtigen Preise, ich glaube ich von 126 Euro angezeigt. Hat natürlich für viel Rumore gesorgt. Für viele Aufrufe. Das Internet, auch viele Kollegen von uns, wo Videos machen, haben da auch darüber berichtet. Und war eben das große Fragezeichen. Werbegag? Fehler? Keiner weiß es. Der Duft ist auf jeden Fall super. Typisch Jean-Paul Goutier. Und hat hier einen schönen Nachfolger bekommen. Jean-Paul Goutier. Hier ist wohl jemand aus dem Paradies geworfen worden, weil er es zu wild getrieben hat. So ist eben dieser Duft. Weil er halt hier auch viel von der Feige genascht hat, die hier drin ist. Jean-Paul Goutier, eine Marke, die schon seit Jahren bekannt ist. Mit dieser Duftreihe Le Moll und den zig Flänkern, die es dazu gibt. Was passiert jetzt? Die machen natürlich jedes Jahr was Neues, bleibt aber jedes Jahr gleich gut. Weil diese Goutier-DNA, die ist immer da. Und die wird raffiniert, die wird verfeinert. Was jetzt natürlich kommen kann und was jetzt passieren wird, dass bekannte Düfte nicht neu erfunden werden, aber verfeinert werden. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Mit dem Elixier, das wir jetzt hier sehen, mit dem Paradise, dass da einfach schon bekannte Duftkompositionen nochmal verfeinert werden. Ich meine, er hat ja alles da. Er hat ja seine ganzen Rezepte. Warum soll er es ja nicht noch besser machen und noch angenehmer? Und deswegen wird da immer wieder, auch dieses Jahr, Jean-Paul Goutier wirklich was Tolles herausbringen. Mit dem Paradise-Garten sowieso. Ganz nach dem Motto, same, same but different. So, Leute, Platz Nummer 1 ist endlich angekommen. Und auch hier greife ich gleich mal voraus. Es ist für mich jetzt schon eine der Neuheiten des Jahres. Und wir sind im Designer-Bereich. Überraschung. Leute, ich liebe die Nische auch. Aber hier muss ich ganz klar sagen, Yves Soleron Black Opium Overred ist so ein verdammt guter Duft, dass er zu Recht auf Platz 1 ist, dass er zu Recht innerhalb von einer Woche bei uns restlos ausverkauft war und dass er zu Recht auch an Herren mittlerweile rausgeht, aufgrund eines Tipps von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, ja, Geheimsucher, gell? Nee, Leute, hier in dem Duft wieder Kirsche mit drin. Ich habe es vorhin schon angespoilert. Haben aber unseren schwarzen Tee mit drin, grüne Mandarine, haben Kaffee unten mit drin, Vanille ganz klar, Patchouli für das leicht Orientalische. Und jetzt kann man den als Duft alleine super gut tragen, wenn mit einer leichten, weichen Note ein Duft zurechtkommt. Wie gesagt, meine Herren, probiert den unbedingt aus. Aber mein Tipp für alle Duftliebhaber, das ist eine super geile Layering-Grundlage. Und ich spiele da jetzt schon viel damit rum, mit frischen Düften, mit vollen Düften, mit süßen Düften, mit Bousi-Düften. Und ich habe erst eine einzige schlechte Kombination rausbekommen. Und das heißt für mich was, ich kann mit dem Duft super viel spielen. Es macht super viel Spaß, mit diesem Duft ein bisschen rumzuexperimentieren. Und es ist auch ein super guter, eigenständiger Duft. Und das zum fairen Preis, muss man sagen. Yves Saint Laurent macht das ja genau richtig. Mit dem Black Opium, das ist ja wirklich von vielen Frauen der Signature-Duft. Und da geht es jetzt den Leuten so, die sagen, Mensch, ich habe den Duft und ich suche was wie meinen Duft. Was macht Yves Saint Laurent? Gibt ihnen genau das, was sie so. Und die wollen eben ihren Duft haben, aber vielleicht ein bisschen abgewandelt. Und hier wandelt man das eben ab mit diesem Overwrap, mit dieser Kirsche. Da kann ich gar keine großartigen Duftvergleiche ziehen, weil es ist einfach die Kirsche. Es ist eine wunderschöne Amarena-Kirsche, wunderbar rot. Und die bleibt auch im Duft drin. Aber trotzdem unverwechselbar Black Opium-Diener. Wer den Black Opium schon seit 20 Jahren als seinen Signature, seinen DNA-Duft hat, der wird mit dem auch weiterkommen. Warum auf Platz 1? Klar, es ist halt sehr stark verbreitet. Wir kennen viele Leute, leicht darauf zurückgreifen und haben sofort hier einen Bestseller kreiert. Definitiv. Gut gemacht, Yves Saint Laurent. Ganz großes Lob. Die allerbeste Marke und den Bestseller und das, was es uns überhaupt an Überschallneuigkeiten bringt, den haben wir heute leider nicht auf dem Tisch stehen. Das ist unsere Lieblingsmarke und das ist Delmar. Und Delmar, da kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Da gibt es nämlich auch eine Möglichkeit, wie man Delmar kommt. So schaut es aus. Leute, ihr dürft euch einen der fünf Delmar-Düfte, vielleicht sogar, wenn die Neuheiten bis dahin rauskommen, einen der sieben aussuchen und das ist so einfach wie eigentlich kaum nur möglich. Werdet einfach Abonnent von uns. Und da brauchen wir 2000 Leute, dann haben wir die nächste Verlosungsstufe erreicht nämlich und deswegen, wir brauchen da einfach auch euch. Stoßt eure Leute an, eure Freunde an, alle Duftverrückten. Teilt das gerne einfach mal. Man kann in den Kommentaren noch was gewinnen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber eben durch Abonnenten, wenn wir die voll haben, verlost man das unter euch und einfacher kommt man nicht an einen genial guten Nischenduft. Lasst uns einfach mal für dieses Probierset, wo wir gerade vorgestellt haben, in den Kommentaren unten eure Top-Duft-Neuheit, wo in den letzten Monaten, Wochen rausgekommen ist oder auf die euch vielleicht noch richtig freut dieses Jahr, welche noch rauskommt. Lasst uns einfach mal unten da, auf was ihr euch wirklich tierisch freut und dann könnt ihr da natürlich auch noch die Abfüllungen wie immer gewinnen. So Martin, wir haben heute genug geredet, wir mussten die Kameras neu starten. Jetzt sagt man Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Tschau, macht es gut. Schönen Abend, tschau. Tschau.